Hockey Shop Forster präsentiert euch heute den Power Nexus 4000 Schulterschutz. Die Nexus Serie hat einen klassischen Sitz, das heißt sie sind ein bisschen weiter geschnitten, was aber einen hohen Dagenkomfort hat. Wir haben hier beim Nexus 4000 geformte Schulterkappen, was den Stoß und auch den Dagenkomfort noch mal erhöht. Wir haben hier im Schulter-Eckgelenk eine verstärkte Schaumstoffpolsterung. Im Brustbein haben wir zusätzlich noch Kunststoffeinlagen verbaut, was den Stoß zusätzlich verteilt. Die Kunststoffeinlage ist auch komplett im ganzen hinteren Bereich eingebaut, was gegen Cross-Jacks von hinten zusätzlich schützt. So, der 4000er Schulterschutz ist in mehreren Segmente unterteilt, sieht man hier ganz gut an den Aussparungen. Hat den Vorteil, dass der Schulterschutz dadurch wesentlich flexibler ist und sich sehr gut der Körperform anpasst. Der 4000er Schulterschutz ist aus leichtem Neilongewebe hergestellt, was ihn sehr leicht macht. Das Innenmaterial besteht aus einem wasserabweisenden Neilongewebe, was den Schulterschutz auch länger trocken lässt. Wir haben hier auch eine leichte Schaumstoffpolsterung im seitlichen Nierenbereich verbaut, was sich sehr gut dem Körper anpasst und auch einen hohen Dagenkomfort bietet. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des WDR